Zahnfleischerkrankungen kann ihn eine Vielzahl von Problemen verursachen, von Zahnfleischbluten und Mundgeruch bis hin zu Zahnverlust und sogar schwerwiegenden gesundheitlichen Komplikationen. Klar ein Viertelglicherweise gibt es heutzutage viele Behandlungsmöglichkeiten, um Zahnfleischerkrankungen zu behandeln und die Gesundheit ihres Mundes zu verbessern. In der Teilenviertler Kai und in Europa stehen Patienten eine Vielzahl von Behandlungsoptionen zur Werfereinfiertelung, um Zahnfleischerkrankungen zu behandeln. In diesem Video werden wir verschiedene Lasungen zur Behandlung von Zahnfleischerkrankungen untersuchen und die Kosten F.A. in Viertel eher diese Behandlungen in der Teilenviertler Kai und in Europa vergleichen. 1. Professionelle Zahnreinigung Eine regelmaarige professionelle Zahnreinigung ist entscheidend, um Plack und Zahnstein zu entfernen und Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen. Professionelle Zahnreinigungen werden in der Teilenviertler Kai und in Europa von zahnmedizinischen Fachkftien durch Gefahr ein Viertel HRT und Kanin je nach Schweregrad der Erkrankung und den individuellen Bäder ein Viertler Fnissen des Patienten variieren. In der Teilenviertler Kai liegen die Kosten F.A. in Viertel eher eine professionelle Zahnreinigung im Durchschnitt zwischen 50 und 100 Euro, wachend in Europa die Preise zwischen 80 und 150 Euro liegen Kanin. Es ist wichtig zu beachten, dass die Preise je nach Zahnarztpraxis und Standort variieren Kanin. 2. Skilling und Wurzelplanung Skilling und Wurzelplanung sind Behandlungsmöglichkeiten F.A. in Viertel eher fortgeschrittene Zahnfleischerkrankungen, bei denen tiefe Zahnfleischtaschen gereinigt und Enza ein Viertel in Detesgewebe entfernt werden. Diese Behandlungen werden oft in Kombination mit Antibiotika und speziellen Mundspareinviertelungen durch Gefahr ein Viertel HRT, um die Heilung zu unterster ein Viertel 10. In der Teilenviertler Kai Kanin die Kosten F.A. in Viertel eher Skilling und Wurzelplanung je nach Anzahl der betroffenen Z.A. nie und dem Schweregrad der Erkrankung zwischen 150 und 300 Euro liegen. In Europa Kanin die Preise zwischen 200 und 500 Euro liegen. Es ist ratsam, sich vorab A. in Viertel BER die Kosten zu informieren und Angebote von verschiedenen Zahnerärzten einzuholen. 3. Zahnfleischtransplantation Zahnfleischtransplantationen sind eine fortgeschrittene Behandlungsmaglichkeit F.A. in Viertel eher Patienten mit stark zu R.A. in Viertel C. gegangenem Zahnfleisch. Bei dieser Behandlung wird gesundes Gewebe aus dem Gaumen oder einem anderen Bereich des Mundes entnommen und an die betroffenen Stellen transplantiert, um das Zahnfleisch zu stärken und das Aussehen zu verbessern. In der Ta-In-Viertler Kai Kanin die Kosten F.A. in Viertel eher eine Zahnfleischtransplantation je nach Komplexität des Eingriffs und dem Umfang der Transplantation zwischen 500 und 1000 Euro liegen. In Europa Kanin die Preise zwischen 800 und 2000 Euro liegen. Es ist wichtig, dass Sie sich vor der Behandlung A. in Viertel BER die Kosten und magliche Risiken informieren. 4. Zahnimplantate Zahnimplantate sind eine dauerhafte Lassung F.A. in Viertel eher Patienten mit fehlenden Zahninen aufgrund von Zahnfleischerkrankungen oder anderen Ursachen. Implantate werden in der Regel aus Titan oder Keramik hergestellt und in den Kieferknochen eingesetzt, um eine stabile Basis F.A. in Viertel eher Kronen, Bra ein Viertel C. oder Prothesen zu schaffen. In der Ta-In-Viertler Kai Kanin die Kosten F.A. in Viertel eher Zahnimplantate je nach Anzahl der Implantate, dem Material und der Marke zwischen 800 und 1500 Euro liegen. In Europa Kanin die Preise zwischen 1000 und 3000 Euro liegen. Es ist ratsam, sich vorab A. in Viertel BER die Kosten und die verschiedenen Implantadoptionen zu informieren. Fazit Zahnfleischerkrankungen Kanin ernsthafte Auswirkungen auf ihre Mundgesundheit haben, aber es stehen viele Behandlungsmöglichkeiten zur Werfereinviertelgung, um sie zu behandeln und zu verbessern. In der Ta-In-Viertler Kai und in Europa haben Patienten Zugang zu hochwertigen zahnmedizinischen Behandlungen zu erschwinglichen Preisen. Bevor Sie eine Behandlung F.A. in Viertel eher Ihre Zahnfleischerkrankung in Betracht ziehen, ist es wichtig, sich von einem erfahrenen Zahnarzt beraten zu lassen und die verschiedenen Behandlungsoptionen zu Pra ein Viertel fin. Vergleichen Sie die Kosten und den Qualitätssandard der Zahnarztpraxen in der Ta-In-Viertler Kai und in Europa, um die beste Entscheidung F.A. in Viertel eher Ihre Mundgesundheit zu treffen. Hmm.